grüß euch zur zweiten episode von lust auf fit freue mich dass ihr wieder da seid an meiner seite heute wieder unser profi andreas freundsprung andy du hast mir schon verraten heute geht es um die hüfte rund um die hüfte verrate mal bitte unseren zuschauern unseren mitturnern und mir im besonderen mit was willst du mich denn heute ja hallo grüß euch ihr braucht jetzt so einen sogenannten faszienball oder geht auch mit einem tennisball es geht hierbei wie der roman schon gesagt rund um die hüfte um hier die muskulatur um den hüftbereich vorne außen hinten zu lockern zu mobilisieren um die spannung aus dem hüftgelenk zu nehmen und auch die beweglichkeit hier zu verbessern roman darf ich dir bitte einmal gerne gerne setz dich mit einem gesäß in dem fall mobilisieren das linke gesäß auf dem baller mal wichtig hierbei wir bleiben auf den bindegewebstrukturen das ist alle weichteile nicht auf knöchel in strukturen kommen damit sehr sehr unangenehm ja ihr habt ihr auf der seite den beckenkamm und der beckenkamm geht von hinten über die seite nach vorne und unterhalb hier ist diese groß angelegte muskulatur muskelgruppe gesäßmuskulatur oberschnitt seitlich oberschnittlich vorne beginnt hier ein bisschen das alles werden wir hier mit hinein nehmen warum man macht das schon ganz gut wiederum zu beginn mal ganz locker um den ball herum kreisen einmal schauen wo spüre ich schmerzpunkte gespürst du ein bisschen was ja ein bisschen wiederum dem gewebe zeit geben nachzugeben das ist ganz wichtig nicht gleich zu beginn zu intensiv ja sonst wehrt sich der körper und es ist einfach nur unangenehm so man hat den punkt gefunden ja dann versuch mal bitte deinen gesäßmuskel hier fest anzuspannen vier sekunden ja dann mit der ausatmung locker lassen bleib auf dem punkt sitzen bleibt drauf jetzt wirst du merken dass sich das gewebe in den ball hinein sinken lässt ja da wirst du die feine kommen und jetzt verschiebt den becken an zentimeter zu mir her das heißt man hakt sich ein quasi mit dem ball in den muskel ein wie die oma beim strudel weg die den weg ziehen möchte ohne ihn zu zerreißen ja und hier quasi quer dehnt quer mobilisiert und das damit lässt die spannung danach drei vier atemzüge haben das ganze genommen bitte genau fest den hintern anspannen gesäßmuskeln und locker lassen wieder seitlich verschieben wunderbar also ihr solltet auch merken dass diese schmerzpunkte dann nachlassen ganz ganz wichtig man merkt das auch ja so interessant das wird immer immer angenehmer ja sehr gut ganze heißt er rund um die hüfte wir haben jetzt hier auf der rückseite begonnen und jetzt drehe ich einmal bitte zur seite weg von mir bitte um unterhalb des becken kam es wie gesagt wirklich bleibt auf dem weichteil sonst wird es wirklich schmerzhaft hier auch die seite der hüfte zu mobilisieren die muskulatur an der seite auch hier wird sie sehen einige schmerzpunkte falls es ins bein kribbeln sollte bitte die position wechseln das braucht man nicht es sind sehr viele nervengeflechte auch hier so wenn du einen punkt gefunden hast wo man ja ja wiederum tief einatmen vier sekunden dann anhalten fest gesäß anspannen gegen den ball nach unten drücken fest super macht es wirklich großartig und locker lassen und jetzt gibt es dem körper wieder zeit einzusinken wenn das passiert ist wieder obermach strudelteig quer dehnen becken leicht verschieben super sache sind auf der außen seite der hüfte wir gehen jetzt auf die vorderseite der hüfte hier hat seinen muskelstrang der auch bei viel sitzern sehr sehr viel spannung aufweisen kann wo man will ich ein bisschen nach vorne wieder und hakt euch quasi wieder hinterhalb dieses vorderen strangs an und lasst den ball auf das gewebe wirken geht es kann auch ein sehr schmerzhafter punkt sein ja deshalb wiederum mit dem bein vielleicht ein bisschen mehr stützen wenn ihr hilfe braucht wir bleiben wieder hier vier bis fünf auf der skala du mal tief einatmen roman bitte super und fest anspannen runterdrücken 3 2 1 und locker lassen und bleiben auch hier wie immer wichtiger die regelmäßigkeit und die dauer der mobilisation circa drei bis vier minuten nicht zu der intensität also nicht hochhalten bleibt sie sie ja coole sache dreimal die woche zum beispiel wäre optimal viel spaß dabei ja viel spaß auch von meiner seite schön dass ihr dabei warst wir sehen uns beim nächsten mal episode 3 und übt gut und ihr werdet sehen wie gut ihr euch fühlst und wie geschmeide geht durchs wochenende läuft es